Alter, hier ist schon wieder der Penis mit Hoden-Schwanz hier. Oh, da komme ich nicht ran. Ja, dann brauche ich auch gar nicht weitermachen. Weil das hat schon was damit zu tun. Den kann ich ja rausholen dann. Komm mal raus da! So. Gleich viel besser. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden, wie man von hier nach Costa Rica schwimmt. Erster Schritt, schwimmen der... Nachdem ich die gekauft habe. Ey, wir haben sogar ein goldenes Stadtgericht. Yay! Äh, einen goldenen Stein. Habe ich ganz vergessen. Moment. So. Einmal feinsäuberlich gewusstet. Alter, die Bäume, ne? Haben wir noch ein Jüngelchen mit bei? Der kann doch da hoch, oder? Mhm. Oh. Ähm. Autsch. Hä, wie soll der denn? Oh, die Alte mit dem Kack-Megafon. Geht ihm jetzt auf den Blender, oder was? Hä, wo soll ich denn da hin? Da rüber. Da gibt es auch irgendwas. Ja, wo komme ich denn nicht hin? Oh, der Ehrmuster durch. Ja. Wie soll der denn da hochkommen, Alter? Wie soll das denn gehen? Hm? Ach so. Ja, das bringt mir ja nichts. Äh, äh. Al-Grant. Nee, der hat ja seinen Hut hat er ja wieder. Oh, du kleine Scheiße immer. Ah, das war ein Ei. Ein Ei. Ei, ei, ei. Wo ist er denn? Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh, 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 Alter. Knapp gewesen. Ähm. Ja, ein roter Stein. Geil. Zwei von 20. Wir haben ja einen roten Stein gefunden. Mega geil. Gut, jetzt gehen wir mal dahin, wo wir denn sollen. Das wollte ich ja vorhin schon. Na gut, noch ein paar Steine verprügeln. Gewalt gegen Steine! Ne? So. Und die Pflanzen. Natürlich. Man will ja Greenpeace verärgern. Kannst du nur Gewalt gegen Pflanzen machen. Wenn du Greenpeace verärgern willst. Ach, das sind die Pflanzen, die rollen. Ich dachte, das hier nur so eine komische Viecher gewesen. Die ich verbanzen kann. Das wäre ein bisschen... Aber wo sollen die auch herkommen? Aus dem Baum wohl eher weniger. Der... Naja, guck mal an wie dick der Baum ist. Aber so dick war der ja nicht. Das Miner viel dicker. Hm. Was? So. Da rollt mir der Busch weg. Der rollt nach Amerika, der Busch. Weiß sie, da gehört er nur hin. So. Manche Witze sind echt müß. Muss man ja mal zugeben. So, jetzt gehen wir mal rüber hier. Und gehen das Häuschen rein. Knusper, knusper, knäuschen. Wer ist an meinem Häuschen? Ich will hier nur mal rumgucken. Hier wird ja noch ein bisschen was zu machen sein. Kann man da nicht irgendwie rauf? Ich hab gedacht, man kann da irgendwie rum. Dass da irgendwas ist, aber... Schnauze. Hier ist nix weiter, ne? Ne. Hier aber. Man soll ja alles ein bisschen, äh, begutachten, sag ich mal. Und man es vergisst. Geht's weiter im gestürftes Löw. Meine Jungen. What human is this? So. Was geht's hier? Eine verschlossene Tür. So. Hm. Glauben, das Ding geht gleich kaputt. Logisch. Eber. Was sucht... Hä? 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 Was sucht Alan Grant da drinne? Wo... Hä? Wie ist er da reingekommen? Wie ist er da reingek... Hä? Wie ist er da reingekommen? Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich das verstehen? Hä? Ist das ein Bug, den ich hier gerade... Hier sollte man eigentlich doch gar nicht reinkommen... Ohne die... Also ich komm mal eigentlich mal außerhalb der Mission rein. Hä? Hier ist nur ein Kamerastativ. Hier kann ich aber nicht. Wie? Wie? Hä? Wie sind die denn jetzt reingekommen? Hä? Was ist hier los? Bugmania oder was? Wie viele Bugs gibt es denn hier? Hier soll ich eigentlich noch gar nicht rein. Zumindest glaube ich das. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Eeeh? Hm. 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 Ist das ja kaputt Wie zur Hölle Hä? Ist das... Habe ich hier einen Bug erwischt oder was ist hier los? Jetzt sind alle wieder hier Hä? Was? Wie soll das Äh? Warte Was ist so ein Teufel? Was ist so ein... Ich war da schon vorher drin Bevor ich da überhaupt Das war ein Bug Das war ein Bug 100 Pro Das war 100 Pro ein Bug Wo ist das denn? Das hat gelegt Ich habe sie aus einem Impuls heraus mitgenommen Ich dachte wir könnten damit unsere Ausgrabungen finanzieren Und wenn sie uns damit erwischen? Und wenn sie uns ohne sie erwischen? Da unten liegt ein Boot Ein Stück Fluss abwärts Wir versuchen es bis zur Küste zu schaffen Was ist das? Ein Vogelkäfig Ihhh hat er gerade einen Vogelscheiß in der Hand Das ist ein Vogelscheiß im Kopf Ähm Oh oh Petaradon-Nester? Petaradon-Nester? Das ist... Wow! Ich kann ja auch nicht... Ich kann ja auch nicht Es gibt noch einen Brenner langsam Dann kaufte ich eine Brille von vielen Dann... Der schallt einfach... Irgendwie geil... Das ist ein Vogelkäfig, Alter Und ein blauer Stunt Noch ein blauer Stunt Mega Da ist ein Goodie drauf Wie komme ich da rauf? Noch gar nicht, oder? Oder ich muss hier raus? Oh Von hier oben Ich muss von hier oben Muss ich da hin? Ist das Vogelscheiß? Ehhh Der zertritt Vogelkäfig Moment Einspruch Einspruch Warum zur Hölle haben die vor Vogelscheiße Keine Angst? Keine Angst Warum ekel die das nicht an? Weißt du, von einem riesigen fetten Haufen Scheiße Da, weißt du, machen so Und von Vogelscheiße So einen riesen Haufen? Nö Warum auch? Alter, diese Vollspasten, ey. Das ist ja unfassbar. Alter. Diese Vollspasten, ey. Das ist ja unfassbar. Da geht er gar nicht. Hm. Wie das hier schallt, finde ich auch mega. Da kommen wir mal rüber. Ich brauche euch hier. Ah, man soll da rüber und da hoch. Schaffe ich das so? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube hier weniger, weil ich brauche hier die... Nee, nee. Nee, nee. Der muss... Ach, der muss da oben hoch. Von irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ah, pfff. Oh, ich muss hier probeln. Oh, ich muss hier probeln. Kommt schon! Und noch ein Moment. Oh, noch ein Moment. Ist es so auffällig hier, ne? Ach, hier kann man nur, wenn man Da ist ein Goody drin Das habe ich gesehen Wow Kann man hier irgendwie hoch? Irgendwie muss man hier hochkommen Können Kann man hier irgendwo hochkommen können Zurück Ähm Ah, es fährt die Kiste runter Ja Sack Bäm Ins Gesicht Nur so ein Hühnchen ist auch lecker Das sind Schickenbecken-Nuggets Warum nicht? Das kann keiner irgendwie, ne? Ah, toll Komm schon Alles voller Knochen, Alter Wie ekelhaft Oh, du mit den Kack-Mega-Von da oben Und sagen, hör auf damit, aber Alter Fällt ja alles auseinander Die Kiste ist bestimmt dazu da Äh, die Kiste ist bestimmt dazu da, dass man da hochkommt Den Goody kriege ich also noch gar nicht Den kann ich noch gar nicht kriegen Schade Merke ich mir aber vorher Na gut Irgendwann weiß ich es nicht mehr Da oben sind ja nicht Hab die auch alles so kaputt machen können Ist das irgendwie Äh, was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Was? Die finden es gleich raus Das kann man auch nicht schlagen irgendwie, ne? Man muss es unbedingt drauf Man muss auch unbedingt drauf ballern Komm schon Und ballern kann ja keiner Das ist das Problem, was die haben Ähm Zack Bäm ins Gesicht Und tschüss Vögelchen Ja Würde ich auch mal so sagen Moment Ich finde einen Weg für Sie Mann, ja Hier kann er nicht weiter Nee, nee, nee Das, wenn er fliegen würde Das würde er nicht schaffen Mann, ey, das Das ist unfassbar Fällt er da runter? Ich finde einen Weg für Sie Ja Guck mal her da Guck mal her da Wenn du das schon eh zu tun haben willst Hier Hm Man kann sich aber nie abseilen, oder? Das war mir wie hier Hallo Habe ich alles vibriert hier Und Eric zu schreien Sonst schreie ich auch mal Mit meiner Faust Ich regele das Hä? Er regelt das? Wie? Wie will er das denn regeln? Hat er die Regelblutung? Ahah Der kann es regeln Karotten? Was machen denn die Karotten, Alter? Und Steine kann ich mir vorstellen, Alter Wie kann der mit der bloßen Hand Steine zerkloppen, Alter? Heißt der Shark Norris ein neuer Dings, oder was? Aber da kommen wir nicht, aber einen Goldi haben wir gekriegt Das ist schon mal was wert Was ist hier eigentlich? Was sind lauter diese komischen Gedönsteile? Was muss er machen? Ach, ich kann fliegen, Alter wie geil Alter Das ist ja geil Das ist ja mega Das ist ja mega Oh, ein Goldi Nein Das war geil Was? 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 Habe ich gut gemacht eigentlich Na wieso? Schwer war es denn? Ach, die Stille war das Okay Oh, oh Oh, das ist ja immer noch schön Der Angelwelle Oh, oh Oh, oh